Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Die gemeldeten freundlichen Kampf- und Jastverbände mit der Spitze im Raum von Nordrhein mit Ostkurs. Ein kleiner Dämpferd im Raum von Rhein. Achtung, Jastverbände im Raum von Rhein und Südlisch-Bachsturm. Einige Jastverbände, Achtung, im Raum von Eugenburg, Südlisch-20, Südlisch-Lübster und im Raum von Stuttgart. Ende der Dämpferd. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung. Achtung, Achtung, wir geben eine Luftplanung, Heldung, 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 Heldung. Achtung, Achtung, Heldung, 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 Heldung. Achtung, Achtung, Heldung, 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 Heldung. Achtung, Achtung, Heldung, 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 H In dieser Nacht werfen die Briten 884 Stringbomben und 110.565 Brandbomben. Am nächtlichen Himmel über Deutschland stürzen sich unter des jägern verzweifelten Abwehrkampf auf die britischen und amerikanischen Bomberschneemahnen. Köln, Düsseldorf, Eschen, Bochum, Dortmund, Elberfeld, Warmen, Düsburg, Mühlein, Köln, Düsseldorf, Eschen, Bochum, Dortmund, Elberfeld, Warmen, Düsburg, Mühlein. Jeden Abend kommt der Feind mit Bonbon und Wirft, Befel und Pech und Phosphor auf wehrenlose Menschen. Die ganze Ruhe und am Reinen zu lang. Ein bestialischer Schriech. Ein bestialischer Schriech. Am 13. und 14. Februar 1945 fliegen Sie nach Dresden. Hunderttausend Menschen, mehr als in Hiroshima, sterben. Insgesamt sind es über 600.000 Zivilisten, die bei Bombenangriffen in Deutschland fallen. Gelächter Die Geräte in der Höhe und der Grembe Der Grembe ist 모두ig geplant Der Grembe ist alle Mahre und EnjoymentsATION Unfall des Entwickler Die Geräte in der Höhe und der Rundfunktion Die Geräte in der Höhe und der Grembe ist alle Mahre Die Ohren im Trümmer der deutschen Städte erzeugen Machegefühle oder höchstens Angst vor den brutalen Angreifern. Mit Bomben wollen die Alliierten jetzt die Widerstandskraft der Deutschen reichen. Die erreichen das Gegenteil. Die erreichen das Gegenteil. Die erreichen das Gegenteil. Ja, hoch ist der Gott der Härte. Es halte... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020